Guten Tag und herzlich willkommen. Wir gucken uns heute mal ganz kurz die UGLs an, die sogenannten Unterlaufgranatwerfer. Heißt so, weil es ein Granatwerfer ist, der unter dem Lauf der Waffe montiert wird. Es gibt einige Varianten, funktionieren grundsätzlich alle gleich. Man schaltet mit F einfach auf den Unterlaufgranatwerfer durch und kann damit dann 40 mm Granaten verschießen, die man hier sehen kann. Das ist hier eine ganze Reihe von denen. HE für Spreng, HE-DP für Hochexplosiv, Dual Purpose, die können auch Reifen und sowas zerschießen. Also haben auch eine geringe Anti-Armor-Wirkung und dann Lichtgeschosse und Rauchgeschosse und so weiter. Einzige wichtiger Unterschied, was die Waffen angeht, ist diese Version hier, nämlich der alte M-203-Werfer, der hat seine Visierung oben auf der RIS-Schiene drauf. Das heißt, was passiert? Die wird durch das ACOG verdeckt. Wenn wir uns das hier mal in Person angucken, kann ich hier durchgucken und ich sehe, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann wird das teilweise verdeckt. Ich kann es immer noch so ein bisschen erahnen, aber es ist nicht besonders schön. Und gerade wenn ich da eine größere Vision drauf habe, weil ich warum auch immer als DMR-UG spielen möchte, dann sehe ich da nichts mehr. Das heißt, da muss man einfach aufpassen, eventuell halt einfach sein, wie sie abmachen. Da hat man wieder Sicht. Oder wie die schlauen Menschen das direkt machen. Man sucht sich einen Granatwerfer aus, der hier ist, welches ist es denn jetzt? Man sucht sich einfach eins aus, wo der Granatwerfer an der Seite seine Visierung drauf hat, statt oben drauf. Dann kommt die sich mit dem eigentlichen Visier nicht ins Gehege und wir können jederzeit hier auf jede Entfernung ordentlich zählen und schießen, ohne dass das Visier im Weg wäre. So, wie setzt man jetzt den Grenadier am sinnvollsten ein? Ganz einfach. Das Prinzip ist, dass MG oder die Gruppe tut durch Unterdrückungsfeuer den Gegner in die Deckung drücken. Heißt, der Gegner wird gepinnt und unterdrückt. Er kann sich nicht fortbewegen und sobald er sich nicht mehr fortbewegen kann, wirkt der Grenadier dann in die Deckung rein mit seiner Sprengwaffe und vernichtet dadurch dann den Gegner. So, ganz einfaches Szenario. Wir haben jetzt hier oben dieses Haus. Dieses Haus ist im Obergeschoss feindlich besetzt. Und was wird es ganz einfach simulieren? Wir unterdrücken mal hier den Gegner, indem wir hier einfach mal ganz blöde und hilf draufwirken. Der Gegner ist damit unterdrückt und dann wirkt der Grenadier gekonnt durch eine Öffnung in das Haus rein und vernichtet im Raum die gegnerische Gruppe. Und damit wurde dieses Prinzip wunderbar dargestellt. Und genauso wird es dann auch im Feld angewendet. Heißt, Unterdrückungsfeuer den Gegner in Deckung drücken und vernichten. So, ganz grundlegend bietet es sich immer an, wenn man in einer Verteidigungsstellung ist. Das heißt, man hat die Info bekommen, dass man jetzt diese Stellung hier halten soll oder dass die Gruppe hier für mehrere Minuten verweilen wird. Bietet es sich an, sich ein Umgebungsbild zu machen. Heißt, ich packe meinen Vektor aus und ich messe einfach mal alle markanten Punkte aus. Ich messe hier oben 180 Meter. Dann messe ich dieses Haus 150 Meter und dieses Haus 250 Meter. Und dann markiere ich mir das gleich noch hier auf der Karte. 180, 150, 250 Meter. Das heißt, sowohl ich als auch meine Gruppenmitglieder wissen jetzt, wenn der Gegner jetzt plötzlich auftaucht beim linken Haus, weiß ich, ich muss auf 250 Meter wirken. Und kann dann gezielt den Feind dort vernichten, ohne groß überlegen zu müssen, wie weit ist das weg, was muss ich einstellen. Pack mal kurz deinen Vektor aus und mess nach, während du im Feuergefecht stehst. Alles nicht so ideal. Das heißt, vorher messen, merken oder aufschreiben. Und dann kann man einfach schneller und effektiver wirken. Das Ganze funktioniert natürlich nur in der Verteidigung. Im Angriff ist es natürlich etwas schwierig, wenn ich jetzt hier wild, brüllend und schießend auf den Feind nicht zubewege. Kann ich schlecht hier meinen Vektor auspacken und im Laufen nachmessen. Davon abgesehen bewege ich mich ja und meine Zahlen stimme eh nicht mehr. Soviel dazu. Deshalb ist UGL eine wunderbare Verteidigungswaffe, wenn man eben die Umgebung kennt und weiß, was wie weit weg ist. So, was kann man mit der UGL noch machen, außer mit Sprengwaffen, den Feind und sämtliche Zivilisten der Umgebung als Kollateralschaden töten, was natürlich nicht vorkommen sollte. Man kann auch Rauch legen. Wir haben hier eine Smoke Round geladen. Ich empfehle da die Vanilla Rounds zu benutzen, weil die mit dem 40 Millimeter No Smoke Bounce Mod funktionieren. Also kurz gesagt, Vanilla Granaten springen nicht mehr durch die Gegend, seit wir diesen glorreichen Mod haben, sondern bleiben genau da im Boden stecken, wo man sie hinschießt und lassen sich nicht mehr irritieren von der seltsamen Armahphysik. Also Gegner blenden, ganz simpel, schieße Rauch auf den Gegner oder zwischen dich und den Gegner und dann sieht der Gegner nichts mehr. Wir haben jetzt hier oben, dieses Haus ist gegnerisch besetzt. Ich weiß, das ist auf 250 Meter Entfernung. Ich bin ein schlauer Mensch und kann das abschätzen. Ich habe es natürlich ausgemessen. Und wir möchten diesen Gegner blenden, dass er uns nicht mehr beschießen kann, weil, keine Ahnung, da ist eine Geisel. Das heißt, wir können jetzt nicht direkt auf das Haus wirken, weil wir Angst haben, dabei die Geisel zu verletzen. Heißt, blenden einfach den Gegner. Wie gesagt, 250 Meter, direkt draufhalten, Ace Granaten, also Vanilla Rauchgranaten verwenden und dann springen die auch nicht wie gestört durch die Gegend. Damit ist der Gegner geblendet, kann uns nicht sehen und wir können uns jetzt näher ran bewegen oder weg bewegen oder machen, was auch immer. Das ist das Prinzip des Blendens. Jetzt laden wir hier nochmal eine Granate nach. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn man eine ganze Rauchwände legen möchte. Ich kann jetzt hier nochmal, wenn jetzt irgendwie hinter dem Horizont Feindkräfte auftauchen oder was auch immer, kann ich natürlich auch eine ganze Rauchwand legen, indem ich einfach links und rechts daneben schieße oder ich kann natürlich jetzt auch meine Luftnahunterstützung, meinem CAS oder JTAC sagen, da ein Luftschlag drauf, markant blauer Rauch, Haus, dort gegnerische Gruppe in Deckung und dann hält er mit seiner 20 Millimeter Autokanone da drauf und vernichtet einfach die gesamte Umgebung und unsere Geisel gleich mit. Wenn wir jetzt hier mal vergleichen, hier blaue Vanilla Rauchgranate, einfach daran zu erkennen, dass sie keine weitere Bezeichnung trägt, einfach nur Smoke Ground Blue für Smoke Ground White und die ganzen anderen Farben gibt es das natürlich auch. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den RHS Granaten, die tragen hier vorne diese M715 oder andere Bezeichnungen, habe ich jetzt hier mal geladen. Blau, Vanilla springt überhaupt nicht, 100 Meter Entfernung. Wir laden jetzt, wir wollen jetzt diese Gegnergruppe blenden und schießen jetzt mal hier grünen Rauch drauf und wir sehen, der landet irgendwo in der Gegend, aber nicht da wo er sollte, da hier die Arma Physik wieder einen Strich durch die Rechnung macht und unser 40 Millimeter No Bounce Mod leider nicht für RHS Granaten wirkt. Der wirkt nur für Vanilla und ich glaube für Cup. Deshalb möglichst nur Vanilla Granaten verwenden. Die funktionieren genauso schön. Der einzige Unterschied ist wirklich, dass sie nicht diese M715 Bezeichnung tragen und man eben präzise damit Rauch legen kann im Gegensatz zu RHS. So, ganz grundlegend bietet es sich immer an, wenn man in einer Verteidigungsstellung ist, das heißt man hat die Info bekommen, dass man jetzt diese Stellung hier halten soll oder dass die Gruppe hier für mehrere Minuten verweilen wird, bietet es sich an, sich ein Umgebungsbild zu machen. Heißt, ich packe meinen Vektor aus und ich messe einfach mal alle markanten Punkte aus. Ich messe hier oben 180 Meter, dann messe ich dieses Haus 150 Meter und dieses Haus 250 Meter und dann markiere ich mir das gleich noch hier auf der Karte. 180, 150, 250 Meter. Das heißt, sowohl ich als auch meine Gruppenmitglieder wissen jetzt, wenn der Gegner jetzt plötzlich auftaucht beim linken Haus, weiß ich, ich muss auf 250 Meter wirken und kann dann gezielt den Feind dort vernichten, ohne groß überlegen zu müssen, wie weit ist das weg, was muss ich einstellen. Pack mal kurz dein Vektor aus und messe nach, während du im Feuergefecht stehst. Alles nicht so ideal, das heißt vorher messen, merken oder aufschreiben und dann kann man einfach schneller und effektiver wirken. Das Ganze funktioniert natürlich nur in der Verteidigung. Im Angriff ist es natürlich etwas schwierig, wenn ich jetzt hier wild, brüllend und schießend auf den Feind mich zubewege, kann ich schlecht hier meinen Vektor auspacken und im Laufen nachmessen. Davon abgesehen bewege ich mich ja und meine Zahlen stimmen eh nicht mehr. Soviel dazu. Deshalb ist UGL eine wunderbare Verteidigungswaffe, wenn man eben die Umgebung kennt und weiß, was wie weit weg ist. Eine weitere Fähigkeit des UGS ist die Gefechtsbildbeleuchtung mit sogenannten Flares. Ich habe hier einen 3-Round-Flare geladen. Das ist erstmal egal, von welchem Mod man die nimmt. Und Achtung aufpassen, wenn ich jetzt hier auf 100 Meter draufhalte, die bleiben nicht im Boden stecken. Heißt, ich schieße jetzt sie drauf, man wird es nicht sehen können, aber sie prallt ab und fliegt irgendwo hinten in die Gegend oder auch nicht. Aber sie ist jedenfalls nicht da gelandet, wo ich hingeschossen habe. Davon abgesehen möchte man eigentlich sowieso nicht, dass die im Boden stecken und dann vor sich hin blinken. Sieht nämlich sehr nervig aus tatsächlich und man sieht auch nicht besonders viel, sondern man möchte, dass sie etwas überhalb vom Boden, wenn wir jetzt mal, na komm, wunderbar. Wir möchten dieses Haus beleuchten, es ist auf 250 Meter Entfernung und dann möchten wir natürlich nicht die Flares hier direkt in den Boden reinschießen, sondern überhalb davon. Und die hat einen kleinen Fallschirm eingebaut und sinkt dann hier langsam zu Boden und leuchtet dabei das Ganze aus. Heißt, ich schieße jetzt mal hier auf 250 Meter Entfernung, dann machen wir mal 200, einfach etwas drüber. Mal gucken, wie mal was passiert. Und dann sehen wir, das Ganze hier ist runtergegangen und solange das runterfällt, wird auch das Gefechtsfeld ganz gut beleuchtet. Noch ein wichtiger Terminus, also ein Fachwort, das man kennen sollte, ist Fächer schießen. Fächer schießen bedeutet, dass man ein oder mehrere Grenadiere hat, die Gefechtsfeldbeleuchtung besitzen, heißt Flares schießen können. Und der Begriff Fächer schießen beschreibt ganz einfach, dass immer eine Flair gerade in der Luft ist, um das Ziel zu beleuchten. Wenn man dieses Prinzip jetzt hier mal demonstriert, wie gesagt, ich möchte das Haus hier auf 250 Meter Entfernung beleuchten. Und ich soll dabei Fächer schießen, dann schieße ich so, dass stets das Haus beleuchtet ist. Das heißt, ich schieße, warte ein paar Sekunden, schieße wieder. Schieße hier, sobald das Ding leuchtet, warten wir, schieße wieder, wir warten und schieße wieder und immer so weiter. Das ist natürlich Munitionsverbrauchend, aber auf der anderen Seite, die Munition ist ja dafür da, im Gefecht eingesetzt zu werden und nicht, um gespart zu werden und wieder mit nach Hause genommen zu werden. Fächer schießen können ein oder mehrere Personen, dann spricht man sich einfach ab. Hauptsache, es ist immer eine Leuchtkugel in der Luft und die nächste ist schon auf dem Weg, um die dann zu ersetzen, sodass durchgehend Beleuchtung herrscht. So, jetzt spreche ich noch ganz kurz zwei, drei Sachen an, die nicht direkt mit der UGL zusammenhängen. Erstens, wie konter ich feindlichen UGL-Beschuss? Und zweitens, was mache ich, wenn Artillerie einschlägt, weil es auch so ganz grob in die Richtung geht. So, Sprengwaffen, UGL, Mörser, Artillerie sind natürlich eine super Sache, wenn man sie selber bedient und auf den Gegner feuert und werden ganz schnell ganz übel, wenn man selber das Opfer ist, wenn ich praktisch beschossen werde mit Sprengwaffen. Sprengwaffen, weil man kann sich sehr schlecht vor ihnen verstecken. Wenn ich mich duck, schießt der Gegner einfach genau hier eine Granate hin und ich bin trotzdem weg. Der muss mich nicht direkt sehen können dafür. So wie zum Beispiel, wenn ich weiß, hinter diesem Haus befinden sich Gegner, dann kann ich da Granaten links und rechts ranschießen. Und, ähm, okay, hätte ich etwas besser schießen können. Und dann werden die natürlich trotzdem getroffen von Spreng- und Splitterwirkung. Das heißt, was kann ich denn machen, wenn ich unter Sprengwaffenbeschuss stehe? Ähm, einmal das Allersinnvollste ist natürlich direkt den feindlichen UGL-Schütze bekämpfen und vernichten. Dann ist die Gefahr einmal gebannt. Das Dümmste, was man machen kann, ist sich einfach wegducken und hoffen, dass nichts passiert, weil, wie gesagt, die Deckung schützt dich nicht davor. Heißt, Wirkung ist wichtiger vor Deckung. Deckung schützt dich nicht, nur den Feind vernichten schützt dich richtig. Wenn das nicht möglich ist, was mache ich dann? Ähm, dann ist die einzige andere Möglichkeit, die Position so schnell wie möglich zu verlegen, weil der feindliche UGL-Schütze muss ja wissen, wo ich bin, um mich treffen zu können, um mich beschießen zu können. Heißt, ausweichen, ähm, Unter-Sicht-Schutz im Idealfall am besten einfach eine Rauchgranate da lassen, sich wegbewegen und dann aus dem anderen Winkel angreifen, in der Hoffnung, dass man den UGL-Schütze dann vorher sieht, bevor er einen beschießen und vernichten kann. Also letzten Endes, entweder direkt vernichten oder ausweichen, aber nicht sitzen bleiben, auf gar keinen Fall sitzen bleiben und abwarten. Ähm, das ist die eine Variante. Das ist, wenn der Gegner direkt Sicht auf dich hat. Wenn das nicht so ist, wenn ich Artillerie bekomme, die ja einen sehr viel größeren Sprengradius hat, Was kann ich dann machen? Ähm, die Fahrzeuge sind splittergeschützt. Das heißt, ich setze mich in das Auto rein und wenn jetzt hier draußen eine Granate einschlägt, dann bin ich erstmal geschützt. Wenn die Granate natürlich zu nah einschlägt, also auf 5 Meter ran oder direkt auf das Auto drauf, dann bin ich natürlich auch platt, aber ich bin schon mal etwas geschützter. Ich kann mich natürlich auch unter das Auto drunter legen und bin dann auch halbwegs geschützt vor umherfliegenden Splittern. Hesko-Barrieren, Sandsäcke, all diese Sachen schützen mich vor der Splitterwirkung. Wenn ich stehe und ich stehe direkt neben dem Sandsack, bin ich nicht vor umherfliegenden Splittern geschützt. Wenn ich mich hinlege, bin ich besser geschützt. Man kann nichts gegen Artillerie machen. Wenn ich anfange wegzurennen, bringt es noch weniger, weil dann habe ich gar keinen Schutz mehr hier auf der Freifläche. Das heißt, ich begebe mich in eine Deckungsposition, wo ich so viel Schutz wie möglich bekomme und sitze das Artilleriefeuer aus. Man kann vor Artillerie nicht abhauen, außer natürlich in einem gepanzerten Fahrzeug. Aber als Infanterie muss man es aussitzen, es geht nicht anders. Und natürlich mit möglichst viel Abstand zu seinen Gruppenmitgliedern, dass wenn eine Granate doch mal ihr Ziel findet, nicht alle auf einmal drauf gehen. Wunderbar. Jetzt habe ich euch mit jeder Menge hoffentlich sinnvoller Informationen zugemüllt. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig mitnehmen. Und ich hoffe, dass jetzt in Zukunft die UGL-Schützen wissen, wie sie zielen müssen, wie sie schießen müssen. Und dann auch den Gegner treffen können und nicht eigene Kräfte gefährden oder eben nicht wirken können. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Mission.